Vincent, was nimmst du denn trotzdem mit, obwohl es jetzt nur in Anführungszeichen unentschieden war? Und kurze Nachfrage, wie sieht es aus bei Harry Kane? Nein, was nehme ich mit, ist das Gleiche wie in den letzten Spielen. Ich glaube, Gegenpressing war gut, Pressing war gut. Wir haben alles, glaube ich, in jeder Phase als Mannschaft gemacht und nicht eine oder drei Spieler an die andere Seite und dann die Verteidiger ist alleine. Wir haben immer alles zusammen gemacht. Und dann kannst du gewinnen oder verlieren. Aber letztendlich, wir wissen, wenn wir das so weitermachen, dann können wir auch viele Spiele gewinnen. Das war wichtig für mich. Und Harry, ich habe jetzt noch nicht die genaue Info, aber hoffentlich ist es nur ein bisschen Schmerzen und hoffentlich haben wir ihn ganz schnell wieder zurück. Hoffentlich diese Woche schön. Aber wenn es andere Ergebungen ist, Leute, ich bin kein Arzt. Wir warten bis morgen.